Herzlich Willkommen zum Zoo Simulator 2015 Mit dieser weltbewegenden Musik oder atemberaubenden Stimmungsmusik Nein, natürlich nicht. Herzlich Willkommen zu The Last of Us Ja, ich musste noch mal kurz hier hinspielen, so ein klein wenig War nur ein paar Meter gewesen, aber ist trotzdem immer noch sehr, sehr schön Spielen wir weiter Ich weiß, wie gesagt, gerade gar nicht, was ich sagen soll Ich lass das einfach mal für sich sprechen Wir müssen das nicht tun Das weißt du, ja Was bleibt uns sonst übrig? Zurück gehen zu Tommy und die ganze Sache einfach vergessen Nach allem, was wir durchgemacht haben? Alles, was ich getan habe Das kann nicht umsonst gewesen sein Hör zu Du meinst es nur gut Aber hier gibt es keine halben Sachen Wenn wir fertig sind Kannst du das Ziel bestimmen Okay? Na, ich gehe nicht ohne dich Bringen wir es hinter uns Sehr zielstrebig Die kleine Ellie So gerade Wo befinden wir uns denn jetzt hier? Wo befinden wir uns denn jetzt hier? Also ich weiß, dass wir in Richtung Uh, da liegt was Ähm, dass wir Richtung Krankenhaus ja müssen So Yay Yay Oh, jede Menge zum Umsehen Na, das weckt Erinnerungen Wie kommt's? Es war kurz nach dem Zusammenbruch Ich war in so einer Notaufnahme Und wo man hinsah Alle suchten hier nach ihren Angehörigen Die ganze verdammte Welt war verrückt geworden War Sarah da schon gestorben? Ja, war sie Es Es muss schlimm sein, seine Tochter zu verlieren Zu verlieren, was man so liebt Tut mir leid, Joel Schon okay, Ellie Oh, kann man sich hier drin verstecken? Nein, kann man nicht Ja Sehr, sehr viel Emotionen jetzt hier im Spiel momentan So Was haben wir hier? Warning Biohazard Warning Biohazard Ähm Erinnert mich auch ein bisschen an die Bushaltestelle von Blickkopf 2 Den Zombie-Modus Da gab's auch so eine Bushaltestelle Was ist denn das? So, da können wir doch wahrscheinlich wieder was bauen, oder? Ja Eine Nagelbombe Wir hätten die Axt verbessern können, aber Ich möchte doch lieber Ein paar Nagelbomben haben Denn So langsam leuchtet's mir wieder ein, wo wir hinkommen Oder was als nächstes kommt Da haben wir wieder Pillen gefunden Oh Ja 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 Wer ist euch schon 5 erreicht? Juhu Juppi Wer hätte das gedacht? Dass ich das nochmal erleben darf? Das gibt's doch gar nicht So Was haben wir hier? The Talking Bull Bullders The Talking Boulders Am Friday September den 28 Mhm Also den 28 Ach, hier sind wir ja langgelaufen, ne? In der letzten Folge, stimmt ja Ja Ich entsinne mich, da war was gewesen Da sind ja die Giraffen als erstes hier hier langgelaufen Und das war ein sehr, sehr emotionaler Eine sehr, eine sehr emotionale Szene Wie ich finde Okay So, jede Menge Krimskrams Und eine Werkbank Und eine Karte Der Quarantänezone in, äh, Salt Lake City Wenn ich das richtig gelesen habe Hospital Evacuation Route Nord Fort 32, 54 No more Supp- Supplies Gone Evacuation Route East Quarantäne Bus Station Okay 11, 29, 36, 24, 27, 20, 32 Eine Karte der Quarantänezone von Salt Lake City Wie ich es schon vermutet hatte Und eine Werkbank, sehr schön Hier müsste es doch gar nicht sein Schauen wir doch mal, was wir An dem Flammenwerfer noch gar nicht so großartig Vor σου, auf dem Flammenwerfer weiß ich gar nicht Es wird die Reichweite mal vom Bogen mal ein bisschen erweitern Was nehmen wir denn noch? Panzerbrechens, hatten wir glaube ich schon, ja Schusseißungsbegriff ich kann mich nicht entscheiden, ich kann mich nicht entscheiden ich glaube den Schaden des des Jagdgewehrs erhöhe ich nochmal. Und die Flinte, die äh, was machen wir denn? Magazinkapazität machen wir mal höher. Und dann war es das auch schon gewesen. Ja, das ist so. Naja, weit haben wir es ja nicht mehr zum Krankenhaus, wenn ich das da hinten mal so sagen darf. Da hinten in der Ecke ist es ja Hospital. So, wo waren wir denn jetzt noch nicht? Muss man wahrscheinlich durch den Bus, denke ich mal. Noch mal kurz hier umsehen, ob noch hier was liegt. Na, geht hier dann nochmal aufs Klo. Und dann... Und dann geht hier dann nochmal aufs Klo. Und dann rein und weiter. So. Also, weiter geht's. Hey, Joel. Ich hab was für dich. Hier. Maria hat's mir gezeigt und ich, äh... Ich hab's geklaut. Das ist doch nicht schlimm. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Krieg ich schon wieder Pipi in den Augen? Tja, was man auch immer versucht. Die Vergangenheit holt einen ein. Danke. Ja. Das stimmt allerdings. Na, Kumpel? Letzte alte Stelle erreicht? So. Sword Lake City Military Zone Ahead. Ja. So. Dummdi 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 dumm. Mmm. Mir schwankt Böses. Ah, der allseits besagte Tunnel. Dieses Mal läuft es anders. Ich weiß es. Wie meinst du das? Sie werden da sein. Die Fireflies. Ich bin ganz sicher. Oh. My. God. Baby. Oh. My. God. Ganz, ganz schlechte Erinnerung an den Tunnel. Turn on the lights on. Turn on the lights on. Ich weiß, dass wir hier nicht alleine sind. Das ist klar. Und auch jedem bewusst. Von euch. Also. Also auch von dir. Du. Dir ist das auch bewusst. Weil das kann nicht gut gehen. So ein Tunnel. Wenn du reinfährst, wird es dunkel. Wenn du rausfährst, wird es hell. Ja. Oh. Da hängen Pfeile. Pfeile. Die sind aber schon voll. Da wollte jemand das Taxi. Uah. Das Taxi shoppen. Da ist ein Bloater. Und hier liegt ein Backstein. 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 Und ich weiß, dass hier auch Runner sind. So. Oh. Oh, da steht auch einer da oben. Den hab ich gar nicht gesehen. Oh. Und Klicker. 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 Oh man. Wie hab ich die vermisst? Ganz langsam Joel. Ganz langsam Joel. Da läuft der Bloater. So. Haben wir ja schon lange nichts mehr von gesehen. Von den ganzen, ähm. Von den ganzen Viechern. Wo ist der Klicker hin? Ist es der da hinten? Anscheinend schon. Oh mein Gott. Und da hinten steht auch ein Runner in der Ecke. Ich seh's gerade. Ah. Die sind so unbrechenbar. Oh. Das nehmen wir doch mit. Da liegt auch was. Ich seh's gerade. Hier. Hier ist doch irgendwie. Ja. 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 Zum Bleistift. Gehen wir mal hier lang. Hui. Hi Jungs. Was geht ab? So. Schauen wir uns mal hier um. Oh. Ja, ja. Pssst. Ganz leise. Pssst. Wir werden mal eben schauen, ob ich was bauen kann. Ja. Unsere Axt verbessern. Wir verbessern mal ganz schnell unsere Axt. Was haben wir an? Beeil dich. Okay. 90 haben wir. Für die maximale Gesundheit fehlen uns noch 10 Tabletten. Ja. Ich beeile mich. Ich bin ehrlich. Müssen wir denn da lang? Ich glaube nicht. Aber hier haben wir genau das andere Problem. Was ist denn mit dem Messer? Wie sollen wir denn bei dem Messer nur einen Balken anstatt drei? Äh, zwei. Wir versuchen ja an die vorbeizukommen. Oh Gott. Und da hinten steht auch einer. Da hinten steht auch einer. Nein. Das kann doch nicht gut gehen. Ich werde es mal so machen. Schauen wir mal, was da passiert. Bäm. 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 Ich meine, das war totale Verschwendung, aber egal. Und die anderen haben es nicht gehört anscheinend. Draußen die. So guckt er. Ne, die anderen haben uns anscheinend nicht gehört. Dem fehlt ja alles. Dem hat es ja voll zerfetzt. Boah. Alter. Alter, das ist ja aus. Das hat sich aber, glaube ich, gelohnt. Aber hier liegt noch jede Menge Zeugs drin. Ja. Gewehrmunition. Ja. Schieren. Und ja. Und ja. Wir können aber nichts bauen. Wie geil ist das denn? Okay, jetzt eine Tür. Die kriegen wir aber nicht offen. Müssen wir jetzt wieder zurück. Ach nee, da. Da geht es lang. Exit. Ach, da ist die andere. Ah, okay. Ah, jetzt. Ja. Da kommen wir genau hinter dem Bus raus. Bleib hier. Was, 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 was? Wie? Oh, hä? Oh, nein. Hallo? Probieren wir das mal aus. Dass wir die vielleicht mal hinlocken. Sollen wir die vielleicht mal hinlocken und dann mal so in die andere Fährte. Ja, dass wir die irgendwie so weglocken. Oh, nein. 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 Langsam wird es knapp mit den Flaschen alles. Ich brauch den nur da weglocken, dann hab ich da Platz durchzugehen. Aber die Dicken bewegen sich nicht, das ist gar nicht gut. Und wenn ich jetzt anfange zu schieße... Oh, der dicke Bloater ist ja schon da. Oh, oh. Aber Moment, 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 das könnte klappen. Weiß da wo wir sind? Die wissen wo wir sind. Na toll. Sie brennen. Sie brennen. Brennt, je Säcke! Brennt! Woah, 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 oh, komm runter, runter. Woah, den hab ich ja gar nicht gesehen, dass der hier hochklettert. Alter Falter, Alter Falter, Alter Falter, Alter Falter, Alter Falter, Alter Falter, warum stirbt der nicht, warum stirbt der nicht, Alter, warum stirbt der nicht, wo, 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 wo Woa! Woa! Wo ist Ellie da? Komm mit, Ellie! Woa! 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 Hey, ich helf dir da hoch! Es geht gerade nicht! Es sind zu viele! Woa woa woa! Stirb! Stirb! Woa 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 woa! Fuck! Fuck fuck! Er stirbt aber auch nicht! Der dicke stirbt nicht! Der dicke Mongo! Ah, jetzt endlich! Mein Gott! Hat der lange genug gedauert! Ah! Wie verkokelt der aber auch ist! Mein Gott, was ein Stress! Ah! Was ein Stress! Mann! Was haben wir denn jetzt alles verballert? Ja, natürlich! Ja, Schrotflinte ist komplett alle! Molotows haben wir auch nicht! Können wir aber herstellen! Anscheinend! Ja, sehr schön! Zwei sogar! Obwohl, so schlecht sind wir gar nicht auch! Hoppala! Ich mein, so schlecht sind wir gar nicht ausgerüstet, da... Uh! Da wir immer noch drei Medi-Packs haben! Ah, jetzt müssen wir da hinten wahrscheinlich rüber! Ich glaube, hier kriegen sie es nicht! Uh! Okay! Ein bisschen komisch gesprungen gerade, Joel! Pass auf hier! Pass auf hier! Das Wasser scheint tief zu sein! Hey! Was machen wir denn zu weit? Was? Du bringst mir Schwimmbad! Na klar doch! Ja, wäre glaube ich das erste, was wir machen sollten! Dann, Ellie, das Schwimmen beibringen! Ja, jetzt müssen wir hier durch den Bus! Ich bin jetzt drüben! Okay! Moment! Huch! So! Ähm... Ach, hier ist ne Leiter! Die Leiter, die Leiter! Es soll immer Leitern liegen! So! Okay! Bleib einfach am Rand! Es ist flacher! Ist da drüben irgendwas vielleicht? Kommt man da rein? Moment! Das möchte ich mal eben ausprobieren! Vielleicht kommt man da drüben sogar ein, weil Ellie auch in die Richtung... Huch! Bei Ellie anscheinend auch in die Richtung... Hä? Wo ist sie denn hin? Ellie? Ach da! Oh, da sitzt ein Klicker! Hallo! Ach da! Yay! Aber da sitzt ein Klicker! Okay! Den hab ich schon gesehen! Ich weiß nicht, ob die beiden den nicht gesehen haben, aber ich hab ihn gesehen! Na komm! Mach das wieder! Oh, hoch! Oh! Hallo, den hab ich ja sogar gesehen! Ja! Ich hab mich nur erschreckt! Mein Gott! Mann! Wird echt Zeit, dass die vernichtet werden! Ja! So! Tja! Jede Menge Utensilien! Utensilien! Und wir können eine Nagelbombe bauen! Wie schön ist das denn? Haben wir denn jetzt... Ah, immer noch 90! Okay! Hier ist zwar eine Werkbank, aber da möchte ich jetzt nicht dran, weil wir ja vor kurzem erst, äh... Vorne in diesem... Ja, Moment! Weil wir vorne in diesem, ähm... Ähm... Medizinischen Lager gewesen sind, wo wir schon an der Werkbank waren! Und hier brauchen wir ein Messer! Yay! Na bitte! Jawoll! Wie geil ist... Wie geil ist das denn? Ein neuer Raum! So! Haben wir... Huch! Da haben wir noch ein... Ein... Ein Blättchen! Dann haben wir hier noch jede Menge Zeugs, was hier rumliegt! So! So! Noch was bauen können wir anscheinend nicht! Das geht anscheinend auch nicht, also wir haben noch nicht genug Utensilien dafür! So! Yo! Wir sind fast da! Wahnsinn! Ähm... Du wartest dir! Ich gehe nirgendwo hin! Ui! Ein riesen Ventilator! Äh... Ach, da unten! Da unten können wir lang schwimmen! Schauen wir mal, dass wir da irgendwo... Ich seh überhaupt nix! Hallo! Hallo! Schnell... Schwimm mal ein bisschen schneller! Die Luft wird knapp! Joel! 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 Die Luft wird knapp! Joel! Joel! Boah! Wo sind wir denn jetzt? Hallo! Hallo! Sieht förmlich danach aus, als könnten wir da oben lang! Ähm... Ich glaube wir müssen auch da oben lang, wenn ich das richtig sehe! Ja... Vakuum... 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 ... Vakuum... City Water... Da läuft das Stadtwasser durch! Anscheinend! Oh, eine Palette. Yeah. Flatsch. So. Sehr, sehr schön. Okay. Hör auf da. Okay. Rauf da. Wie sie das angehört hat. So. Äh, wie komm ich denn jetzt darüber? Ach, da. Okay, alles klar. Huch, nein, nein. Nicht untertauchen. Vorspringen. Da lässt Ellie jetzt wahrscheinlich uns die Leiter runter. So. Vorsicht! Und dann werden wir diese Leiter in einer weiteren Folge besteigen und werden dann wahrscheinlich zum Krankenhaus kommen. Und was uns da erwartet, seht ihr in einer weiteren Folge. Also, macht's gut. Tschüss.